Ich bin Bischof Ignas Bessi von der Elfenbeinküste aus der Diözese Catullas und auch Administrator der Diözese Korogo. Seit ich ein Bischof bin, komme ich immer in Kirchennot und ich habe viel, viel Hilfe von dieser Organisation. Ich möchte die Kirchennot danken für alle, die er macht, für unsere Diözese, für alle Diözese, aber besonders für die Diözese von Catullas. Wir haben Häuser für Priester gebaut, Stipendien für Seminaristen gegeben und auch Messstipendien. Wir haben jedes Jahr, ich schreibe zur Kirchennot und wir empfangen etwas für Priester, die arbeiten in der Diözese von Catullas. Ich möchte die Leute, die Geld geben zur Kirchennot, ich möchte ihnen danken für alles, was sie machen, für diese gute Organisation, für die Kirche, für die Mission. Und ich bete Gott, dass immer mehr Leute zur Kirchennot helfen, um unsere Kirche, kleine Kirche, die brauchen Hilfe, um weiterzugehen. Ich bete, meine Diözese, wir bitten, für die Kirchennot immer. Danke sehr.